Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch herzlich willkommen beim Gute-Nacht-Video, dem Traditionellen. Kann man schon sagen, oder? Ich glaube schon, dem Traditionellen. Ich bin Isabelle Samento und ich werde mein Land befreien. Bist du für oder gegen mich? Ich bin, äh, für dich, Isabelle. Hallo? Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Wer spricht denn da mit mir? So, wir haben wir mächtige Freunde. Das ist Isabelle. Das ist Isabelle in der neuen Welt, die aus rätselhafter Weise mit mir, mit euch, jetzt gerade spricht, während wir uns den Zoo hier haben. Ja, in der alten Welt betrachten. Unglaublich, oder? Ganz, ganz seltsam. Die scheint sich ja reingeheckt zu haben in unsere kleine Videoreihe, diese historischen Filme aus dem frühen 19. Jahrhundert, die uns erzählen, wie hier diese Inselwelt entstanden ist. Die habe ich irgendwo aufgetrieben, nachträglich koloriert und die können wir uns jetzt zusammen betrachten. Natürlich in dem etwas gemächlicheren Tempo, das es damals noch gab, bevor die Industrialisierung erbarmungslos die maschinellen Hämmer in den Fabriken hat stampfen lassen. Isabelle, Isabelle ist in der neuen Welt, aber es tut mir herzlich leid, die hat gerade, ich glaube, sie fühlt sich einfach vernachlässigt. Aber wer sich auch vernachlässigt fühlt, könnten, könnten die Menschen hier in der alten Heimat sein. Denn wir haben ihnen zwar zuletzt etwas gebracht, nämlich Pelzmäntel. Und was wir als nächstes machen könnten, wäre, darauf warten die, glaube ich, schon ganz lange, deshalb sprach ich von Vernachlässigung. Wir können dafür sorgen, dass die wachsen, wachsen und immer größer werden. Wir werfen mal einen Blick darauf. Dieser köstliche Nektar macht mich ganz trunken. Ja, auf die dritte Stufe, auf unsere Handwerker, die euphorisch sind, weil sie an herrlichem Nektar nippen können. Und das ist das nächste, was wir brauchen, um eine Stufe höher dann zu kommen. Zur nächsten, die Universität. Und die braucht, ihr wisst es, 1500 Handwerker auf unserer schönen Insel. 1260 haben wir, das geht doch. Insgesamt, alles gut, sollte funktionieren. Diverse Boni haben sie ja teilweise auch noch alles bestens. So, wir machen folgendes. Wir bauen, wir bauen, bauen, bauen. Ich glaube, wir können einfach die Arbeiterschaft hier ausbauen. Bevor wir das machen, werfen wir einen Blick auf ein beliebiges Lagerhaus oder auf den Kontor. Und prägen uns mal ein, wie das aussieht bei den Konsumgütern. Überall stabil, über 200. Wenn irgendwo hier Probleme, es Probleme geben könnte. Zum Beispiel bei den Fleischkonserven demnächst mal. Der Rum kommt immer aus der neuen Welt. Es sieht alles gut aus. Rum, die Pelzmäntel wachsen jetzt. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich mich da schon mal laut in dieser Reihe drüber gewundert habe, wo ja Schokolade, Zigarren und Sekt kommen. Dann bei der Livestream-Reihe, die ich ja parallel habe, hat Ivy, unsere Community-Expertin, mir und euch, falls ihr den Livestream verfolgt, das so erklärt, wenn es bisweilen Feste gibt bei uns in der Stadt, dann sorgen die Bürger dafür, dass ein wenig Sekt, Schokolade und Zigarren danach übrig bleiben und bei uns im Lager verschwinden. Also, das sieht doch alles gut aus. Wir gehen raus. Die Waffenruhe wurde beendet. Wisst ihr was? Versuchen es noch ein wenig weiter einzuschleimen. Au, das hat gar nicht geklappt. Setzen Sie Ihr Schmierfett etwas sparsamer ein, ja? Das hat funktioniert. Wir gehen es. Ein Geschenk angenommen. Sie dankt uns. Und können wir uns einschmeicheln? Schrecken der See. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Das ist schön. Ähm, ansonsten checken wir mal die Vertragslage mit ihr. Spielstand gespeichert. Wenn wir ihr einen Wappenstillstand geben würden, was würde sie dafür von uns haben wollen? Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Nur 3-3? Boah, gar kein Problem. Sei froh. Wir lassen nur selten jemanden am Leben. Und hier. Haben wir einen Wappenstillstand mit ihm? Nein, dann wären wir doch hier. Ach, wir haben einen Wappenstillstand. Alles klar. Trotzdem waren wir in der Kriegsrubrik, weil zwischen Frieden und Krieg könnte eigentlich noch ein Reiter oder so ein Ring sein mit Wappenstillstand. Den gibt es aber nicht. Also, das sieht alles gut aus. Wir müssen einfach nur hier noch mehr Handwerker haben. Und dafür reduzieren wir zunächst die Bauern, indem wir viele von ihnen upgraden. Ich würde besser meine Zunge. Indem wir viele von ihnen upgraden zu Arbeitern. Die Richtung wollen wir ja uns ausbauen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir machen. Oh, wir müssen uns auch um den Stahl kümmern. Schaut mal dort oben. Die Stahlträger haben massiv abgenommen. Haben wir eigentlich noch Stahlproduktion? Also, wir haben natürlich Stahlproduktion. Aber haben wir Stahlproduktion, die aktiv ist? Alles anhalten. Nein! So, und jetzt haben wir gleich auch weniger Industriearbeiter, weil die brauchen richtig viele. Und Stahl wiederum. Wird hier produziert. In unseren Hochöfen, die Kanonengießerei. Läuft. Ich wette, wir haben noch haufenweise Kanonen. Und können auch mal sagen, ich glaube, die sind Baumaterial, oder? Ja, 135, das reicht erstmal. Ich gehe mal mit der Kanonengießerei. Die stoppe ich mal. Können wir nämlich den Stahl stattdessen wie die Stahlträger benutzen. Nähmaschinen. Voller Warenausgang, Warenlager voll. Ich friere die Nähmaschinenfabrik mal ein. Ach, jetzt sind schon zwei. Na, ich lasse hier die mal weiterlaufen. Die einen haben wir ausgestellt, die lassen wir weiterlaufen. Die Schneidereien funktionieren. Die müssen einen kleinen Bestand auch mal aufbauen. Das ist soweit so gut. Wir werfen einen Blick. Wir kontrollieren mal, ob die Stahlträgerproduktion wirklich gut läuft. Dadurch, dass wir auch mal die Rohstoffe kontrollieren. Zum Beispiel hier im Hochofen. Kohle ist da. Eisen ist ebenfalls da. Auch auf der gesamten Insel. Hier seht ihr es in 82 Kohle. Und hier auf der gesamten Insel 49 Eisen. Das ist nicht extrem viel, aber es könnte reichen. Wir haben hier das Eisen vorkommt. Das wir noch nicht erschlossen haben. Das könnten wir uns auch mal überlegen. Denn wir müssen ja sicher demnächst auch massiv aufbauen, ob wir das nicht machen. Was meint ihr? Wer oder? Haben wir mittlerweile die Möglichkeit, Kohle bei Kohle sieht das glaube ich ähnlich aus. Kohlereien können wir bauen. Aber können wir mittlerweile auch Kohlekraftwerke bauen? Entschuldigt. Kohleminen bauen. Ja, können wir. Allerdings nicht hier auf der Insel. Hier haben wir keine Kohle vorkommen. Die haben wir aber sicher woanders. Wir werfen mal einen Blick auf unsere Zweitinsel. Auf Hollahü. Hallo Hollahü. Und hier können wir noch gar nichts machen. Hier haben wir ja nur Bauern. Hier gibt es zwei Steinkohle vorkommen und zwei Eisen vorkommen. Das könnten wir uns echt mal überlegen. Dass wir hier die Stahlproduktion, also nicht unbedingt komplett auslagern, aber dass wir die hier auch schaffen. Und Hollahü dafür ein bisschen ausbauen. Das ist eigentlich naheliegend. Dann haben wir nämlich auf der Hauptinsel Platz auch für andere Dinge. Wir wollen ja eine große Stadt bauen. Also, Schritt Nummer 1. Wir haben die Stahlträgerproduktion läuft jetzt. Wir gehen wieder rein in den Ausbau und bauen jetzt ein paar der Industrie. Die normalen Industriehäuser noch aus für die nächste Stufe. Machen wir hier in der Zentrale. Hier sind noch zwei Bauernhäuser, die aufgelevelt werden können. Und jetzt müsste die Universität schon freigeschaltet sein. Ich würde gerne am Rand noch ein paar Bauernhäuser schon mal hinstellen. Mal schauen, wie die Versorgung der Menschen hier ist. Zum Beispiel die Versorgung. Das sieht doch alles gut aus. Das ist der Markt. Das Wirtshaus, entschuldigt. Da kommt man bis hierhin problemlos hin. Marktplatzversorgung, alles dunkelgrün. Ja, da kann man doch einiges machen. Wir bauen, wir ziehen jetzt schon mal hier eine weitere Schicht von Bauernhäusern hin, damit wir nachher, falls die Leute mehr Waren brauchen. Nicht nur aus der Wäsche gucken, weil wir für nichts, weil wir nicht genug Bauern haben und nicht reagieren können. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Ach, hier habe ich Apfelbäumchen gepflanzt schon mal. So, so. Ja, ein bisschen frühzeitig. Reißen wir die ab? Reißen wir die ab? Wir reißen die nicht ab. Wir fällen die. Eine Schande vor dem Herrn. Die schönen Apfelbäumchen. Das tut mir echt in der Seele weh. Pfui. Und war auch so überflüssig, denn wir können ja auch einfach eine Doppelreihe hier machen, oder? Straßen erleichtern die Tänke. Ja, wir machen eine Doppelreihe hier. Dann pflanze ich die gleich neu. Entschuldigt bitte. Ich weiß, das ist ganz furchtbar. Warum geht das hier nicht? Was war das hier? Achso, ich habe das falsche angeklickt. Hier reißen wir noch ein bisschen was ab. Ziehen wir noch ein bisschen was ab. Ziehen wir hier die Straße runter. Das sieht doch aus, als ob es ganz hübsch ist. Ja, das ist sogar hübsch. Und dann ziehen wir hier noch eine Stufe hier rüber. Eine hier. Eine dort. Einmal hier. Die Menschen lassen sie hoch. Und einmal dort hinten. Ein Weg hier entlang. Ein Weg hier entlang. Und Und die Ecke hier auch noch füllen. So. Einmal, zweimal. Die Bäumchen lassen wir hier stehen. Und das ist hier der Stadtrand. Der Neue. Da bin ich mal sehr gespannt. Oh, zauberhaft. Aufstandswahrscheinlichkeit sinkt. Und noch mehr sinkt sie. Und die Leute sind außerdem noch zufrieden. Wir sind eine Geldruckmaschine. Eine Atempause vor der Gewalt. Die freie Presse lobt uns für die Waffenstillstandsabkommen, die wir geschlossen haben. Glück und Licht in Hollahü. Die Stadt ist voller Freude. Dann. Pflanzen wir noch ein paar Bäumchen? Und ich neige sogar mit dem Gedanken, wir hatten doch eine Allee an einer Stelle gebaut. Erinnert ihr euch? Wo war das denn? Ach, ich weiß wieder wo. Auf der anderen Seite. Das sah so hübsch aus. Schaut mal hier. Das sah so hübsch aus. Ich geh mal in das Klonen-Menü rein. Kopiere mir eins von diesen Bäumchen. Ich hoffe, ich hab das richtige mir geholt. Gehe hier rüber. Jetzt machen wir hier eine Allee am Stadtrand. Aber das ist so eine zauberhafte Idee. Eine hier rauf. Ja, zauberhaft. Das ist so hübsch. Unbedingt. Und die führt raus. Und die verlängern wir dadurch, dass wir die Bäume hier umwandeln. Umwandeln heißt fällen. Entschuldigt bitte. Hier haben wir nämlich eine Ausfallallee, die aus der Straße rausführt. Die aus der Stadt rausführt. So machen wir das. Hier. Dann holen wir als einen einzelnen... Entschuldigt bitte. Wo ist das Kopiersymbol da? Den Brunnen. Wir setzen noch ein paar Brunnen hier hin. Und... holen uns diese Bäumchen und ziehen hier eine Allee lang. Ich bin total begeistert. Das ist doch echte Stadtplanung. Jetzt führt eine Allee raus aus der Stadt. Als wird einem frühzeitig signalisiert, hier geht's raus zu diesem vorgelagerten kleinen Dorflein. Sehr schön. Klasse. Und hier hinten wiederum... Lasst mich nicht lügen. Hier ist die... Genau. Hier ist die Straße, die in die Stadt reinführt. Die Allee. Hier ziehen wir auch eine Allee hin. Das ist so eine gute Idee. Hier geht's lang. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Sehr schön. Klasse. Ich hab gerade keine Lust, mich von irgendwas ablenken zu lassen. Das sieht so hübsch aus. Schaut mal. Ja, das haben wir gut hinbekommen. Sollen Sie uns das mal aus der Nähe anschauen? Ja, ne? Hoppla. Ich hab die Straße nicht erwischt. Oh, der Eingang für uns zu unserem Zoo. Zau-Ber-haft. Oh, da fällt mir noch was ein. Liebe Grüße an Highlander. Einen unserer Zuschauer. Meiner, eurer, unserer. Kleinen Anno-Rute-Nacht-Community, die sich hier rund um diese Videoreihe gebildet hat. Liebe Grüße Highlander. Ja, ich mein dich ganz genau. Du hattest einen Wunsch geäußert. Ich versuch dir den mal zu erfüllen. Du hattest dir gewünscht, dass wir mal einen Blick werfen auf die Mauersegler. Mal schauen, wo die sind. Haben wir die denn? Ja, genau. Mauersegler. Wo hab ich die denn untergebracht? Die müssten ja in einem der Vogelhäuser sein. Hier eventuell. Nein. Das ist eine Möwe. Papagei. Ja, hier sind sie. Extra für dich, mein Lieber. Ein Fotograf ist auch schon da. Das ist sicher einer von diesen Let's Playern, von denen man neulich hört, die immer mit Kameras rumlaufen und von Vögeln Aufnahme machen. Komme ich hier rüber? Ich springe mal rüber, ob ich dann besser hinkomme. Ja, ich muss den kleinen Satz machen. Oh, hier wird noch richtig gemalt. Schaut mal. Der stellt sich vor eine Voliere und malt einen Mann mit langen, blonden Haaren. Ich glaube, der sah aus wie Thomas Gottschalk. Wir gehen hier mal schauen. Oh, wie süß. Da sind die Mauersegler. Also süß weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber weil putzig sehen sie ja nicht aus. Sie segeln. Sie segeln und schweben auf der Stelle. Gleiten hin und her. Das sind deine Mauersegler, lieber Highlander. Wir hatten aber noch was vor, oder? Oh, wir werden gelobt. Die Attraktivität der Stadt steigt und steigt. Mittlerweile gab es übrigens ein Update, nachdem ich das hier aufzeichne. Viele schöne kleine Verbesserungen dadurch. Prestige und Einfluss haben wir. Wir wechseln rüber und haben eine neue Bauoption. Die schauen wir uns jetzt mal an. Das sollte eigentlich sein hier, die Universität. 40 Stahlträger brauchen wir dafür. 20 haben wir nur. Da müssen wir noch ein klitzeklein bisschen warten. Vielleicht ja doch eine gute Gelegenheit, dass wir uns um die Stahlträgerproduktion auf einer anderen Insel kümmern, oder? Hier vorne. In holler Höhe. Dafür brauchen wir erst... Müssen wir erst mal die Stadt ausbauen. Und um die auszubauen, brauchen wir erst mal noch mehr Bauernhäuser. Sonst läuft hier gar nichts. Ich setze hier mal ein großes Pulk von Häusern über... Oh, ein Umzug. Da fliegt der Taktstock in den Himmel. So ein kleines Dorflein und so viel Feierbegierigen. Immer wieder schon. Also, wir machen folgendes. Wir setzen... Wir ziehen unser Straßennetz gleich mal. Hier lang. So, und dann ziehen wir ein paar Häuser auf. Auf die Seite rauf. Ein bisschen grün dazwischen. Aber nicht zu viel. Wir wollen die Leute ja nicht verwöhnen. Ich hatte das hier immer gemacht. Schaut mal. Da ging das so längs ab. Könnten wir auch wieder machen. Spricht da was gegen? Nö, eigentlich nicht. Das heißt, hier wäre die Verlängerungsstraße. Okay. Gleich ist... Da haben wir allerdings keine Steine mehr. Bis hierhin kommen wir noch. Oh, hoppla. Hier kommen die immer hin. Es geht auch gleich alle. Die können wir noch alle unterbringen. Genau. Hier brauchen wir eine Verbindungsstraße. In diesen Minen arbeiten richtig viele Leute. Da müssen wir die Stadt auch richtig ausbauen. Anders geht das nicht. So, das haben wir gut hinbekommen. Und um die Bäume kümmern wir uns nachher. Sollen wir erst mal schauen. Die haben hier selber kein Leben vor Ort. Genau. Das heißt, wir haben aber doch irgendwo sicher ein freies Transportschiffchen. Und zwar jede Menge. Ah, wir müssen wieder mal beginnen. Seife einzuladen. Was ist denn das hier? Bitte verwenden Sie angemessene Formulierung. Nein. Nein. Schaut mal, das bezieht sich auf den Pimpf. Die Meldung. Ich habe die Stadt, ich habe das Schiff Pimpf genannt. Das ist doch jetzt ein Gag, oder? Ich bin ein erwachsener Mensch. Ja. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ach, das gibt es da. Ja, fühle ich mich aber vergaggeiert. Entschuldigt bitte, lieber Entwickler. Ich bin ein Mann jenseits der 50. Ich kann mein Schiff nennen, wie ich will. Und das nicht in einem Multiplayer. Also, das ist ja wirklich das Allerletzte. Das, also sowas mag ich nicht. Also, jetzt entschuldige bitte, aber sowas, ähm, sowas ist wirklich das. Ich mache es weg, damit die blöde Meldung auftaucht und ich mich nicht weiter ärgere. Also, sowas ist, ähm, besser so? Ja, Knalltüten. Also, im Ernst. Also, sowas geht nicht. Ihr wisst, wo der Ausdruck Pimpf herkommt. Das ist ein Ausdruck aus der Nazi-Zeit. Es gab ja damals verschiedene Jugendorganisationen der NSDAP. Und die ganz, ganz Kleinen, das waren die Pümpfe. Also, sowas geht nicht. Das geht nicht. Das, sowas kann man machen bei einem Multiplayer-Spiel, wo man aber nicht bei, wenn Leute ein Spiel für sich im Einzelspieler-Modus zocken, dann kann man den nicht, äh, den nicht von oben herab schulmeisterlich behandeln und denen pädagogische Hinweise geben. Also, das, das geht gar nicht. Kann man nicht machen. Kleinen Los! Wie Knalltüter. So, jetzt haben wir hier genug, genug Seil veranbracht. An die Segel und Frassen. Aber, wir suchen uns noch mal ein... Ach, wir haben gar keinen Klipper hier, der gerade nicht fährt. Admiral auf der Brücke. Dann nehmen wir einfach unser Flaggschiff. Das darf ja auch mal fahren. Und holen uns von den Baumaterialien eine Ladung Ziegelsteine, bitte. Ja, Stahlträger sind knapp. Die brauchen wir hier und drüben nicht unbedingt. So, das sollte reichen. Und fahren damit einmal rüber. Hier hin. Oh, hier gibt es ein Problem. Fehlen Ausbaukosten. Könnten den Hafen auch nochmal ausbauen. So viel, was ist das für ein Symbol? Zu viele Transporter. Ja, sobald wir Steine haben, können wir den ausbauen. Und dann dafür sorgen, das oder der Kontur. Der Kontur, das Kontur, der Kontur. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls, das, der Teil ausbauen. Ein neuer Auftrag. Und dafür sorgen, dass es sich hier nicht mehr staut. Ja, darum kümmern wir uns aber jetzt nicht mehr. Das war diese Folge. Und liebe Grüße an euch. Falls ihr was sehen wollt, apropos Thema Pymph, wo wir gerade waren. Ich habe jetzt eine neue Reihe bei mir auf dem Kanal. Zu Through the Darkest of Times. Ein Spiel, das in einem halben Jahr rauskommt und wo es um die Nazi-Zeit geht. Ich habe den Publisher besucht. Und habe das große Vergnügen, als erster YouTuber, Let's Player überhaupt. Sogar international überhaupt, dieses Spiel schon mal zeigen zu können. In drei Videos, die ich für euch aufgezeichnet habe, die findet ihr auf meiner Playlist. Die laufen auf Pfingsten. Die drei Videos an jedem Pfingstag, Samstag, Sonntag, Montag, Abends jeweils eins. Meistens um 20 Uhr und auch dann halt in dieser Videoreihe. Und das ist echt ein total schönes Spiel. Auch keins, wo es auf Tempo ankommt. Und jedem, der sich so halbwegs auch nur für Geschichte interessiert, für moralisch schwierige Entscheidungen und für ein intelligentes Spiel, dem empfehle ich da mal reinzuschauen. Liebe Grüße, gute Nacht, träumst du es.